Cringe Roy Leute und heute werden wir ein Was würdest du eher spielen und nach jeder Frage erhält man hier unterschiedlichen Loot und den besseren bekommt man, wenn man mit seiner Antwort bei der Mehrheit liegt. Die Map hat hier wieder Uwo gebaut. Hallo. High five. Ja, warte, mach nochmal, Dicke. Die Map hat hier wieder Uwo Roy gebaut, der wohl fleißigste im ganzen Bauteam. Hallo. High five, Bro. So, und mit dabei ist wieder Wine-Ile-Royal. Wine-Ile-Royal, Leute. Und ich bin heute wieder dein Rivale. Pew, 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 pew. Oh, Alter. Okay, das war richtig hart, Alter. So einen harten, wie du es im Spruch hast, noch nie gebracht, wenn die. Aber ganz ehrlich, dann wetten wir auch um den Skin, oder? Ein Skin nach Wahl wieder für den Gewinner, oder? Okay, dann bin ich doch dabei. Okay, komm, dann fangen wir direkt an. Komm, lese mal vor, Vinny, du kannst ja lesen. Würdest du eher ein Bein amputieren, oder ein Arm amputieren? Boah, also ganz ehrlich. Boah, ich bin schon hart. Schon hart, aber ich glaube, ich würde eher Bein nehmen, weil dann beide Arme. Echt? Okay, okay. Ah, Junge, dann kannst du ja gar nicht mehr gehen. Wow. Okay, aber du kannst schon gehen. Nicht mit. Aber okay, die Mehrheit hat wirklich hier. Boah, die goldene Pistole hast du direkt, Alter. Du hast ja schon gewonnen. Okay, okay. Würdest du eher ertrinken oder verbrennen? Ey, das ist beides richtig hart. Das ist beides übel einfach. Boah, schon ertrinken dann. Boah, ertrinken ist auch richtig eklig. Aber verbrennen, klar, Alter. Du verschmorst da so. Du riechst dich noch selber. Ja, ne, komm. Ey, ganz ehrlich, dann würde ich auch beim Ertrinken. Und die goldene Ska, beide. Okay, das war auch eine gute Wahl. Auf jeden Fall 60% dafür. Würdest du eher Fallschirm springen oder Bungee jumpen? Oh, beides geil, oder? Ich würde eher Fallschirm springen, glaube ich, weil ich von oben und so. Ist geil. Ey, wir gewinnen heute nur, ne? Schon, wir haben echt gute Ereignisse. Wir haben halt auch trainiert vom letzten Mal wahrscheinlich. Aber jetzt, Winnie, würdest du eher von jedem gehasst werden, aber die Familie mag dich noch? Oder im Gegenteil, von der Familie gehasst werden, aber jeder mag dich. Wirklich jeder Mensch sagt, ey, Winnie, du bist der geilste. Ha, das wäre doch auch gut. Das klingt ja schon verlockend, ne? Klingt schon verlockend. Ich meine, jeder mag dich ja. Die Familie mag dich ja nicht, ja. Der feiert dich, Digga. Ah, ganz ehrlich. Also ich, was willst du nehmen, Winnie? Komm. Schweres Ding. Ja, ich würde auch zur Familie greifen. Ist schon wichtig. Aber auch die Mehrheit wieder. Guck mal, 57%. Nimm mal mit. Nimm mal mit. Würdest du eher zu Hause einen Film gucken, im Kino einen Film gucken? Hm. Ja, im Kino, oder? Wenn ich die Wahl hätte, dann würde ich ins Kino gehen, mir Popcorn gönnen, Digga. Ja, zwei Liter Cola, Digga. Weißt du, was nicht alles, Alter? Hier, diese Wahl, wir nimm mal mit. Ja, dann waren wir nicht in der Mehrheit, leider. Würdest du eher mit GLP aufnehmen oder mit Paluten aufnehmen? Boah, Paluten, Digga. Echt Paluten? Let's go. Ja, ich schau' die beide jetzt nicht so hart, aber... Komm, ich nehm' einfach GLP, weil du schon ein paar Looten genommen hast. Mal gucken. 53%. Ja, aber sicher. Wie heavy. Ja, aber Digga, ich hab' heavy. Aber Tactical ist auch strong, Mann. Du weißt Bescheid, dann. Würdest du eher alle Tänze besitzen oder alle Skins? Ey, ganz, ganz sicher das Ding. Einfach die Skins, Mann. Ich hätte dann Recon Expert und so. Ja, ja. Okay, schnapp' ich mir auch. Boah, wir haben kranke Waffen bis jetzt. Würdest du eher Pommes essen oder Burger essen, Winnie? Jetzt sag' mal. Ah, jetzt bin ich schon... Ey, Pommes! Wow, die Pommes zieh' dich an. Ey, ich will Burger essen, Mann. Burger, so geil. Ja, ich esse Burger. Ja, okay, ich nehm' mir Pommes. Oh, shit. Oh, die Aker kannst du sein. Ja, okay, GD. Aber ja, ich kann mit der auch nicht so viel anfangen. Obwohl, vielleicht... Komm, die nehm' ich statt die Sniper mal mit. Ey, Crunchy, würdest du eher in der USA Urlaub machen? Oder in Japan? Boah, echt schwer. Ah, richtig schwer. Ich will am liebsten zu beiden mal hin. Aber ganz ehrlich, ich würde vielleicht sogar USA vorziehen vor Japan. Aber nach Japan will ich auch unbedingt mal. Ich geh' Japan, Mann. Ja, da geht Japan, okay. Da geh' ich USA. Und ne, japanische Hunting Rifle, lass' viel raus. Zu kommen, Infantriegewehr. Winnie, würdest du eher ein Polizist sein oder ein Feuerwehrmann sein, der Menschen rettet? Ich wollte ja als Kind schon immer, ne? Ah, ein Bulle. Okay, komm, ich bin der Feuerwehrmann. Ich hätte so an der Stange oder so, könnte ich voll lang runterrutschen. Okay, fünf Impulse, Alter. Okay, krank. Oh, jetzt kommen wir hier zum Rift. Uwu, was ist denn dieser Rift hier? Also, der bringt einen auf der anderen Seite. Und auf der anderen Seite gibt's dann zehn weitere Fragen. Und man kriegt dann noch bei der Mehrheit ein Item oder eine Waffe. Oh, okay. Da bekommt ja nicht wieder jeder, beide Waffen, ne? Ja, das wird ja heftig, Mann. Da müssen wir jetzt echt auf Mehrheit gehen, eigentlich. Nur die Mehrheit bekommt ein Item, okay. Würdest du eher jetzt ein Löwe sein oder ein Tiger sein, Winnie? Nimm Tiger. Tiger ist schon geil. Dann nehme ich Löwe, weil die haben so eine große Wehne. Oh, nur 33 Prozent. Der hat einen Slurp, Alter. Der hat einen Slurp. Okay, Crenju. Würdest du eher eine Konsole haben oder einen PC? Ja, Winnie, jetzt. Komm. Die Frage muss mir nicht stellen, eigentlich. Schildblase. Ja, okay. Aber, Winnie, jetzt mal ganz ehrlich. Was würdest du denn eigentlich lieber? Würdest du lieber immer Winter haben oder immer Sommer haben? Immer Winter. Wenn du mich entscheiden könntest. Immer Winter. Ich bin ein Winterkind, ne? Der ewige Winter. Boah, kommt da drauf an, wie heißt der Sommer auch jetzt? Aber ganz ehrlich, glaube ich, mehr haben Sommer genommen, oder? Ja, guck mal. Okay, war schlau von dir, war schlau. Ja, ja. Ich hab nicht an die Mehrheit gedacht. Okay, Crenju. Würdest du eher auf dem Land leben oder in der Stadt leben? Ey, also ich bin immer da, wo es gute Internet ist, Winnie, wenn du mich fragst, wo ich bin. Wie nicht? 87% doch hier. Schraubgranate wäre hier noch dabei. Alter, nur 13% wollte auf dem Land leben. Okay, aber Winnie, würdest du jetzt eher Nachos im Kino essen oder Popcorn im Kino essen? Boah, der ist ja schon weg, ey. Nimmst nicht die Nachos. Ey, Nachos sind halt echt geil. Die esse ich auch ab und zu, aber ich nehme Popcorn, weil... Was? Alle 85%. Okay, das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Würdest du eher kein Crater Code Crench oder Crater Code Crench? Ja, komm, Digga. Boah, okay. Ist eigentlich offensichtlich, ne? Crater Code Crench? 100%, Digga. 100% alter. Würde jeder lieber machen. Ja, und die Minigun sogar. Also, Leute, ihr wisst, was zu tun ist. Auf jeden Fall Crater Code Crench eintragen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ich wirklich... Ich wäre jedem dankbar. Mhm, wird jeder so machen. Aber Winnie, jetzt sag doch mal ehrlich. Würdest du jetzt eigentlich eher eine Woche die gleiche Unterhose tragen oder eine Woche die gleichen Socken tragen? Ja, ne? Kappa. Ja, okay, du hast schon recht. 30%, ey, guck mal. Die hätten hier 70%, okay, okay. Würdest du eher, Crancho, Silvester mit der Familie feiern oder Silvester mit Freunden feiern? Ich würd's mit der Familie feiern, Mann. Wirklich. Silvester würde ich schon eher mit Freunden, ne? So Weihnachten kann ich ja mit der Familie so, aber... Ja, okay, Digga. Komm. Ja, okay. Haha, oh. Kampfsport bin das auch total. Okay, nice. Winnie, was willst du lieber? Würdest du lieber einen AMG besitzen oder einen Bugatti besitzen? Ja, Digga. Ja. Nehme ich. Aber wenn ich mir jeden AMG aussuchen könnte, dann würde ich den AMG nehmen auf jeden Fall. Haha. Okay, aber du kannst mit dem Bugatti und die goldenen Maschinen bist, oder? Okay, okay. Okay, Crancho. Würdest du eher keine Familie oder keinen YouTube? Ja, was ne Frage der Ufo hier noch hinballert, ne? Was der hier noch hinballert. Aber ganz ehrlich, eigentlich ist sie ja einfach die Frage. Ich würd wirklich... Ja, das ist schön, ne? Nämlich kein YouTube. Ah! 78%. Okay. Okay, da gewinnt man schon nix. Wow. Na, da gewinnt man nix, Winnie. Von nix kommt nix. Jetzt können wir uns hier noch an den Automaten-Munitionen gönnen. Ja, geil. Okay. Und dann geht's gleich los. Ich hab zum Glück die Mini gerne noch mitgenommen. Was hast du für Waffen, Winnie? Das ist mein Loadout. Ah, ich hab hier noch das hier. Oh, okay. Ey. Da gehört einer mir. Okay, wird auf jeden Fall spannend, denke ich. Also, jeder hat drei Leben, Winnie. Der, der als letztes noch ein Leben hat, gewinnt. Wir können hier in die Rifts wieder rein. Okay. Und los. Los geht's. Oha, ne neue. Hä? Äh. Ich bin hier schon ballern. Ach, du musst da runter springen, okay? Du musst da in der Zert rein gehen. Oh, okay, 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 okay. Wir hätten auch darkämpfen können, aber... Okay, das ist ne Komplettbeierrede. Was bist du doch da oben? Ah, da ist er. Oh, oh, oh. Oh, da kommt der schon gepusht. Was ist das? Wo bist du? Ja, ich mach Pricks. Oh, okay, okay. Jetzt mit der Minigun, Digga. Überall muss los, Alter. Oh, 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 oh. Man bekommt aber bisschen Lebensrucke. Also, das kannst du vielleicht auch ausmachen. Haha, ich wollte nachher gerade auf die gucken, wo du bist Ja, okay Vinny, 1 zu 1 Jeder hat noch zwei Leben Jetzt komme ich, Alter Hier von oben, von runter, Digger Ballern, wow Boah, Vinny Kranker Spot, kranker Spot Heftig, okay Das war nicht schlecht Ich habe gar nichts mehr getroffen, Mann Ja, Vinny Du bist ja mega heavy Ja, ja, heavy unterwegs, Digger Komm Ja, ich habe keine Chance, ne Ja, der killt hier noch Den Uwo rollen und alle, Alter Jetzt wird doch richtig wilder Ich bin so gut Ich bin so gut Ja, ist schon Lasst uns auf jeden Fall versuchen, hierfür 10.000 Likes zu knacken, Leute Und Creator Crunch Oh, ja Ihr seid so kacke Und ja, Leute, haut rein Ja, genau Der Vinny macht hier einfach noch weiter die ganze Nacht Oh, nein Daaah Wow ARD Text im Auftrag von Funk